Und jetzt? Labyrinth war noch nie meine Stärke. Aber hab ich auch noch nie ein Hehl draus gemacht. Sieht doch ganz gut aus hier, ne? Oder? Ah, da. Hier ist ja eine Tür. Ein Lichtblick. Noch mehr zu schießen? Warum steck ich eigentlich die Waffe nicht weg? Da könnte ich auch reingehen. Da muss ich sogar reingehen. Na? Irgendwas? Irgendwer? Irgendwie? Persönlicher Datenrekorder für Major Elena Flores. Untersuchen? Ersten Eintrag abspielen. Sigma 23 ist fast vollständig funktionsfähig. Die Baracken und Lager sind komplett. Und wir haben begonnen, die Munition einzulagern. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Allianz im Nebel patrouilliert. Die einzige Gefahr werden wohl die Piraten sein. Und wer würde denen glauben? Offenbar haben wir Platz für zwei verstärkte Schwadronen Cerberus-Soldaten. Cerberus? Diese Kerle kann ich nicht leiden. Den kannst du eigentlich leiden. Zweiten Eintrag abspielen. Das Paket für den Feldtest ist heute angekommen. Mir wurde gesagt, dass sie den Einheiten sehr ähneln, die auf Noveria entwickelt werden. Sie haben versprochen, dass diese stabil sind. Angeblich, weil sie in der Nähe der Hauptkontrolleinheit produziert wurden. Wir haben herausgefunden, dass einige Piraten einen Schlupfwinkel im benachbarten System haben. Wir werden sie dort wohl zum ersten Mal einsetzen. Okay. Den letzten Eintrag abspielen. Sie sind der Eindämmung entkommen, diese cleveren Bastarde. Wir haben sie wie Tiere behandelt, hätten sie aber eher als Kriegsgefangene ansehen sollen. Sie breiten sich aus, besteigen die Versorgungsschiffe und schicken sie an beliebige Ziele. Aha. In einer Woche werden sie sich im ganzen Cluster verteilt haben. General, wenn sie diese Nachricht empfangen, habe ich nur einen Rat für sie. Verzichten sie auf die Rachni. Sie sind zu clever. Nutzen sie eins der anderen Projekte. Floris. Ende. Zum letzten Mal. Die Geschichte kommt mir bekannt vor. Mir auch. Ein gescheitertes Experiment mit den Rachni. Menschen lernen wohl nie dazu. Nein. Anscheinend nicht. Aber das ist ja schon mehrfach in der Geschichte bewiesen worden. Gehen wir. Die Hinkommen nach nie kamen sicherlich aus dieser Station. Aber die Motive dieser Zielbruchsgruppe bleiben unklar. Um eine weitere Kontamination zu verhindern, müssen sie die Extinktions-Sprengladungen der Station aktivieren. Und sich auf die Normandie zurückziehen. Doxa runterladen. Ich würde aber gerne nochmal in die andere Tür da hinten rein, bevor ich das hier mache. Weil... Mal gucken. Wahrscheinlich ist hier auch noch so ein Ding, das wir aktivieren müssen. Ne, ist einfach nur vorne. Mano! Will ich hier nicht mal was angrabbeln? Skrabbel doch so gerne. Was ist hier? Was ist hier? Nett. Hier kommen wir her. Japp, hier kommen wir her. Lass mich wieder rein. Da ist nicht... Da war doch eben nichts. Oder? Was haben wir hier? Upgrade-Kit. Alles nehmen. Kiste. Alles nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut kann. Nein. Anscheinend gerade voll verkackt. Voll blöd. So. Hat noch geklappt. Alles nehmen. Und dann jetzt hier. Und dann müssen wir rennen, ne? Ui. Ach so, wisst ihr was? Nur mal so, äh... Aus Angst und so. Weil... Ihr kennt mich. Ui. Lauf doch, lauf doch, jogg doch, ging doch, schneller. Mir fehlt so ein bisschen Musik, so dramatische gerade. Hallo? Ach, jetzt sind hier auch noch Viecher. Lass mich. Jetzt steht hier auch noch... Jetzt steckt hier auch noch ihre Waffe weg. Die Zeit ist angehalten. Okay, so viel muss... So viel Zeit muss sein. Alles nehmen. Hallo? Alles nehmen. Ich weiß, wer garantiert in die Luft fliegt. Abgesehen von diesen kleinen Viechern. Waren die hier voller Aufschlangen? Aua, lass das. Die waren doch standard hier vorher noch nicht. 39 Sekunden. Wollt ihr mich verarschen? Ähm... Schneller. Ich hab mich verlaufen. Hier lang. Jaja, kommt immer mit. Hier lang. Hier lang. Hallo? Zeit wird knapp. Ja, ich möchte gerne zur Nominee zurück. Danke. Scheiß auf die Erfahrungspunkte. Habe ich meinen Squad mitgenommen? Anscheinend ja. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Keine, keine... Ja, egal. Äh, was haben wir denn noch so? Das war gerade ein glanzvoller Abgang aller... Ich hab Schiss und hau jetzt einfach ab. Werde von außer Kontrolle. Vor ihr ausschalten. Und des lokalen Clusters. Was auch immer das bedeutet. Das finde ich noch raus. Insignien. Nach, äh, was ist denn der Arschfakti? Ja, da bin ich dabei. Und... Datendist. Sind wir auch dabei. Äh, Ferros. Ver... Ver... Zeus home. Also nach Ferros. Zack, ab nach Ferros. Ab nach Ferros. Ja, das war doch cool. Ja, das war doch cool. Wird doch nicht langweilig. Also, für mich nicht. Jetzt ab nach Feroz. Ja, muss ich das vorlesen. Wir haben ja alles schon mal gemacht, ne? Landen. Wo wollte ich denn hier? Ja, auf Feroz. Versuch's hoch, ne? Oder? Schöne Anflugsszene. Ja, so eine schöne Anflugsszene. War das echt hier? Ach stimmt, das war... War das das? Das war nicht das mit dem Tourianer. Oder war das mit dem Tourianer? Mal speichern. Spiel speichern. So, fertig gespeichert. Abmarsch, runter vom Schiff. Runter vom Schiff ging's vorne, ne? Ich bin ja mittlerweile froh, dass ich so ein bisschen Orientierung hab. Ich würd jetzt nicht sagen, ich hab viel Orientierung, aber ich hab so ein bisschen Orientierung. Zack und zack und Squad annehmen. Ja. Danke. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Ui. Lockbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Presley ist blöd. War das hier? Waren wir hier richtig? Hä? Wirklich da? Muss ich hier? Ich will nochmal kurz gucken. Tagebuch. Nein, Mann. Ferros geht in den Tunneln. Untersuch's Hauptnacht. Weil du in den Tunneln gehst. Das ist dann halt, ne? Auf Geros. Auf Ferros. Sehr gerne. Ja, ich glaub, das ist jetzt nicht. Hier sollen wir jetzt irgendwas besuchen, aussuchen, äh, versuchen, untersuchen. Sieht ja aus wie auf Noveria, ne? Ohne Scheiß. Nur ein bisschen abgewrackter. Das war doch der Planet mit dem Pyroianer, oder nicht? Bin ich denn hier? War das... Ich weiß das nicht mehr. War das hier Suso? Ich geh einfach mal gucken. Ich hab auf jeden Fall jede Menge Kampfgeräusche. Hallo? Der Torianer hatte mir seine Gedanken aufgezwängt. Puh. Ich konnte es fühlen, als sie ihn getötet haben. Ja und? Pech gehabt. Es wird einige Zeit brauchen, bis alles hier wieder normal läuft. Normal nennst du das also? Hört sich immer noch an wie... Weiß ich nicht. Was müssen wir denn jetzt hier untersuchen? Die Tunneluntersuchung. Die da wären wo? Was ist hier so so? Ich hab keine Ahnung. Und ihr wisst alle besser, bescheidert sich. Hiho. Äh. Was hast du denn zu sagen? Ah, danke nochmals. Ah, danke. Die Daten werden sehr wertvoll sein, wenn ich hier wegkomme. Danke, danke. Es wird nicht leicht. Aber die sind unser neues Zuhause. Halt die Schnauze. Ähm. Vielleicht ist das ein Ausrufungszeichen, ne? Vielleicht sollte ich da mal hin. Wer ist denn das mit dem Ausrufungszeichen? Bist doch du hier. Dann haben wir von dir auch noch was offen, oder wie? Ah, danke nochmals. Die Daten werden sehr wertvoll sein, wenn ich hier wegkomme. Oder können wir das Ding da wieder hochheben? Sieht nicht so aus. Deswegen steht ja auch davor. Ich werde tun, was ich kann, um der Kolonie in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen. Ich schäme mich für die Leiden, die diese Leute ertragen mussten. Haben wir das schon alles durchgesprochen? Wenn nicht, haben wir es jetzt. Wissen Sie, was die Röhre ist? Oder wo sie ist? Nein, tut mir leid. Ich weiß nur, dass Saren glaubt, die Röhre sei der Schlüssel zur Vernichtung der Proteaner gewesen. Was es auch ist. Es kann nichts Gutes sein. Sie haben den Dechiffrierer. Bald werden ihre Visionen klarer werden. Sie werden sie zur Röhre führen. Ich bete nur, dass sie sie vor Saren finden. Ich glaube, das hatten wir alles schon. Ich möchte mehr über sie wissen. Es gibt nicht viel über mich zu erzählen. Ich war einfach nur eine der Schülerinnen von Matriarchin Benesia. Fast zwei Jahrhunderte folgte ich ihr und lernte von ihr. Als Benesia ihren Plan enthüllte, sich mit Saren zu verbünden, ließ sie ihren Schülerinnen die Wahl. Nur jene, die es wirklich wollten, folgten ihr. Viele hielten allerdings ihren Plan für zu gefährlich. Aber ich habe an sie geglaubt. Ich dachte, sie könnte Saren von seinem Irrsinn abbringen. Stattdessen verfielen wir ihm. Ich finde unseren Lederanzug immer noch geil. Was können Sie mir sonst noch über Saren sagen? Es gibt nur wenig, das ich Ihnen sagen könnte und das Sie nicht schon wüssten. Er ist mächtig. Er ist charismatisch. Und er ist gefährlich. Als ich ihm folgte, war ich blind gegenüber seiner wahren Natur. Aber jetzt sehe ich, dass er die Galaxie in ein Zeitalter der Dunkelheit und Leiden führt. Schön, dass die Sachen, die sie gesagt hat, genau die Sachen waren, die wir schon wussten. Können Sie mir sonst noch was über den Thorianer sagen? Als die Kreatur mich umschloss, wurde ich ein Teil von ihr. Aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. So fremd. So uralt. Es ist unmöglich, sein genaues Alter zu bestimmen. Für ihn hat Zeit eine andere Bedeutung. Zehntausend Jahre Winterschlaf wurden unterbrochen von ein paar Jahrhunderten hektischer Aktivität. Sein Verstand war überwältigend. Fantastisch. Er übertraf alle Beschreibungen. Und nun ist er weg. Ja, ist doch schade, dass er weg ist, aber der war einfach zu gefährlich. Sagen Sie mir nicht, dass Ihnen das Ding leidtut. Der Thorianer war eine einzigartige Lebensform. Ein fühlendes Wesen, das 50.000 Jahre oder älter war. In der uns bekannten Galaxis gibt es nichts, was ihm auch nur annähernd gleichkommt. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich vor einem Leben in Knechtschaft und Sklaverei bewahrt haben. Und doch empfinde ich eine gewisse Trauer, dass eine solch einzigartige und bemerkenswerte Kreatur verloren ist. Kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Leben Sie wohl, Shiala. Leben Sie wohl, Commander. Ich wünsche Ihnen Glück für Ihre Suche. Boah, sehe ich scheiße aus in dem Anzug. Was wollte ich denn machen? Ich wollte auf die Karte gucken. Zeus Hope, ist das doch hier. Müssen wir da vielleicht mal reingehen oder müssen wir da hinten rumlatschen, um alles zu durchsuchen? Naja. Ich weiß auch nicht, da müssen wir doch irgendwie an dieses Ausrufsteig noch rankommen. Weil wenn er nicht mit uns reden will... Rex, du hast dich da gerade ein bisschen an der Seite lang gebockt. Irgendwie... ...rein würde es hier gehen, ne? Ich glaube, hier drin ist nichts von... Ach, hier labert nur Scheiße da vorne. Du willst noch was verkaufen oder so. Ist mir egal, ich möchte hier hinten lang. Weg, weg, weg. Und dann gehen wir doch hinten nochmal lang gucken. Mehr als Zeit verschwenden können wir nicht. Weil ich habe sowieso keine Ahnung, was ich tue. Aber ich will jetzt auch noch nicht Saren bekämpfen. Kommt auch noch, kommt auch noch. Aber ich mache doch so gerne mal alles. Hätte ich schon mal eher mit anfangen sollen. Hier bröckelst ein wenig. Kommen wir hinten überhaupt irgendwo an Land? Um ehrlich zu sein, würde ich mich ja hier nicht durchtrauen. Hier geht es runter. I have no idea. Und ich wünschte... Ich hätte jetzt ein Stück Kuchen. Ein Stück Kuchen macht alles besser. Da kann ich nicht, aber hier kann ich. Ich habe keinen Plan, was ich tue. Heiho. Ich weiß, hier waren wir schon mal. Glaube ich. Wir sehen, das ist ein Loch in der Wand, ne? Hörer, es geht in den Hunden. Also es hat noch Verbleibenden geht und ihren Transmitter. Ui, falsch. Hier unten ist doch garantiert kein Verbleibender geht. Zumindest nichts, was... Das haben wir doch... Es sei denn, es ist neu hier. Aber hier waren wir doch schon. Hier haben wir doch... Uns mit allen geprügelt. Und haben heroisch gewonnen. Komm ich hier durch? Komm ich? Komm ich? Ui. Habe ich mich gerade erschrocken. Weiß ich auch noch. Hier waren geht. Glaube ich. Schön, dass ich sage, ich weiß. Und dann ich glaube. Und dann wieder ich weiß. Und ich glaube. Und eigentlich weiß ich gar nichts. Transmitterturm. Ja, das ist toll. Weiß ich. Hier waren wir. Ich glaube, wir spielen. Wir whitesują viel suppose.